ja hallo und herzlich willkommen beim ersten video die videoreihe alle PLL 17.10 tagen wer nicht genau weiß um was es geht sollte sich vorher das intro ansehen der link ist in der video beschreibung und ja fangen gleich an mit dem ersten PLL dass wir da abhören im uhrzeiger sind ziemlich einfach und dürftet ihr gleich gelernt haben ja erkennt den PLL daran hier ist ein 2x2 block und die corner hinten muss nach vorne und dann macht ihr folgendes ab r prime d2 r u prime r prime d2 r2 nochmal hier der block die corner muss hier vorne hin lower l prime r prime d2 r u prime r prime d2 r2 der block hier corner von hier nach vorne der block hier die corner von hier nach vorne lower l prime r prime d2 r u prime r prime d2 r2 der block hier der corner von hier nach vorne Lower L', Up, R', D2, R, U', R', D2, R2 Das war der erste A-Pirm, sollte nicht zu schwer gewesen sein, jetzt kommt noch so ein ähnlicher Also der zweite Fall, den lernt ihr auch noch heute und dann nach dem Video flessig übel So, jetzt der zweite Fall, dass wir der A-Pirm gegen den Uhrzeiger sind Wir halten ihn wieder so, dass der Block hier ist Und ich merke mir das jetzt immer so, wenn diese Corner nicht hier hin muss Mache ich diesen O-L, A-P-L Denn wenn die Corner hier nach vorne muss, mache ich den im Uhrzeigersinn, den von früher Wenn die nicht hier hin muss, macht ihr x, A, D2, A, U, R', D2, A, U', A nochmal, hier der Block Diese Corner muss nicht nach vorne x, A, 2, D2, R, U, R', D2, A, U', A Hier der Block, dieser Stein muss nicht hier hin x, A, D2, R, U, R', D2, R, U', A Block hier vorne x, A, D2, R, U, R', D2, A, U', A x, A, D2, R, U, R', D2, R, U', A So Morgen Wiederholen wir Diese Zwei PLS nochmal Einmal Das Stück Und Ja Diese PLS waren ziemlich einfach Morgen kommt er etwas schwerere Schwieriger Oder Vielleicht Wieder zwei einfache Muss ich mir das überlegen Und Und Ja Diese Zwei PLS Übt ihr mal Bis morgen Und Ja Abonnieren Nicht vergessen Da D Untertitelung des ZDF, 2020